er hat mich nur erwischt falls du es verpasst hast jetzt weiß ich gar nicht wo der ist ist wahrscheinlich links ja 29 war ich ja das war richtig da laufe ich auch gleich wieder hin aber aber ist dass man nicht weil wir nicht wissen wo der ist kann doch jetzt nicht verschwunden sein ist natürlich gefährlich was ich mache weil ich wollte was überhaupt nicht wurde ist da meint ihr schafft das immer schön langsam schritt für schritt 29 ist hier ich habe gehe rein dieses gedrückt halten das ist nicht normal es ist jedenfalls hier vorne jetzt können wir wieder versuchen wieder runter zu durch die tür gegenüber alarm auslösen tür aufmachen aber dann und zurück in dieser gleichen kamera hier sollte meine fotos hier aufbringen nicht da kommt es oder hier ist was hast du noch da bist ja aber lange sitze ich hier nicht drin ja da war ja vor der tür wie soll ich denn jetzt noch auskommen was wir bescheuert eigentlich sollte man die träume die wo man schon drin war sollte man nicht noch mal benutzen eigentlich komm 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 das ding startet immer 20 jahre alarmsystem für wo da hat mich raus ich glaube diese scheiß egal dass der alarm ist oder weil wir gehen jetzt hier durch temmel noch mal klicken einfach nur was spaß macht damit wir die ganzen dinger hier haben fehler das ist nichts raus 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 war hier nicht aus uns system ja ist luft scheiße nein alarm das genau hinter der tür die dreck so guck mal das genau hinter der tür diese pfeife ja anscheinend nicht so sehr das wird er läuft in die falsche richtung oder man müssen links dann vielleicht kurz mal speichern und dann wieder hoch links das glaube ich eher aufgebaut aufgebracht wenn ich dann diesen alarm hier und mache was in der scheiß signal hier kommt wieder nicht dass ich hier gleich klicken und dann geht die tür auf und dann steht da da wie letztes mal hier oh gott bewegt mich gar nicht ja doch habe ich doch grad und sonst wenn ich die nicht einsammeln kann dann heißt es ich bin voll ich bin meistens voll also ich kann es ja nur nach bestimmte anzahl mitnehmen kann ich gleich mal zeigen jetzt hat er was umgeschmissen kann man kurz sein ich habe aus dass mich bitte hier nicht für pieseln wo waren jetzt diese speicher da speicher ab auf jeden fall ja ich benutze nicht das sind wir schon mal los ja ich habe hier da den generator gedicht die rauchbombe kann ich noch nicht bauen ich hätte doch mal eine ach die emp emp habe ich gebaut bled gerade die rauchdinger könnte ich bauen medik medien kann ich bauen ich brauche mir die hier zum beispiel dieses achten 0 ist voll und das ist natürlich dann freuheit erst mal gehe ich unter den tisch was halt hatte 0 voll und dann ich kann ja noch mehr bauen wenn man hatte nur baue ich führe das brauche ich gar nicht gucken ob ich dann noch was geräuschmacher zum beispiel geräuschmacher zum beispiel auch zum beispiel das zeigt nicht hatte 0 verbraucht jetzt was ich glaube die rauchbombe mal draufklicken ne auch nicht blendgranate auch nicht rauchgranate die rauchgranate verbraucht das das art 0 aber ich habe drei ich kann keine mehr bauen er sagte auch im winter voll die ganze zeit ich könnte noch was aber geräuschgranate das ist natürlich auch nicht dass ich die jetzt gleich mal verhofft moment müssen halt wissen wo da ist ein bisschen kacke wenn man nicht weiß wo es soll jetzt wenn wir einfach mal hier links raus gehen dann nach oben dann müssten wir schaffen ja längst und nach oben ich könnte ja gleich mal so ein akustik ding mal zünden aber das problem ist wohin schmeißen dann läuft er sofort dahin ich habe gespeichert du kannst nicht mal das heißt nicht schön dass die ohne tische wären wir alle tot unter die tische kann kein ehlen gucken unfassbar okay das ist unsere chance ich verpiesel mich jetzt einfach ich hoffe mal da läuft jetzt nicht da vorne lang und wie ich gesagt habe nach oben aber ich weiß es nicht leute nicht dass er plötzlich hier gleich vorne auftaucht das wäre natürlich nie so cool sowieso alles hier und nicht cool moment ich guck einmal wo ich bin hier so wenn ich da bin dann komme ich da hinten wieder raus das ist natürlich großartig dann gehen wir mal hier lang knack knack kurz mal video abspeichern moment abspeichern 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 bitte warten bitte warten die video mit gesprächern moment jetzt gehen wir hoch aber erstmal gucken wir ob da irgendwas ist nein das können wir nicht nicht weil das alles hier gestört ist mann 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 scheiße nein jetzt ist der sauer jetzt ist der sauer ich muss einfach nur hier raus und dann einfach links ja sagt sich so einfach ach ja er war zurzeit kann doch nicht hier durch die massive dingen hier durch hauen oder ich glaube nicht dass er hier einfach mal so du bist ja groß holen können kann auch mir überall wahrscheinlich Nein, wie war das denn? Die Tür war zu. Ja, komm. Komm, mach. Nein, die Tür ist auch zugegangen. Das gibt es nicht. Jetzt habt ihr es wenigstens gesehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, dass ich hier gespeichert habe. Echt, er. Also kann er alleine die Schächter aufmachen. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter, bitter, bitter. Sehr bitter. Wo ist denn der jetzt hier? Soll ich es mal riskieren? Ja. Jetzt gehen wir es einfach mal. Es piept. Bitte nicht vor mir, hinter mir. Oh. Es ist hinter mir. Ich kann es hören. Ich gehe einfach weiter. Eiskalt weiter. Ich gehe einfach eiskalt weiter. Was soll's? Eiskalt. Eiskalt. Aber hier gehe ich mal runter und gehe dann eiskalt weiter. So wie vorher. Jetzt schauen wir mal kurz. Das können wir sowieso nicht sehen. Da. Es kommt. It's coming. Wieso macht das hier alles so fett Geräusche? Ja. Bitte. Okay.